Musik Neues. Also wir sind ja jetzt ganz frisch in diesem Jahr 2021 und das passt schon. Also man kann über Neues sprechen. Neues. Ich glaube, dass uns überhaupt nicht bewusst ist, klar ist, dass die biblische Botschaft, vor allem die neutestamentliche biblische Botschaft, eine radikale Botschaft von Neu ist. Irgendwie haben wir das gar nicht so auf dem Schirm, wie entscheidend das ist, wie anders das ist. Es ist die Botschaft des Neubeginns. So, und es ist eine Botschaft, ja, da geht es nicht nur darum, Achtung, es ist was Neues, eine neue Nachricht, neue Botschaft, sondern es geht um etwas ganz Neues. Die Message des Evangeliums lautet, hallo, es gibt komplett Neues. Neu Neues. Es gibt die Möglichkeit, etwas komplett Neues zu erleben, in etwas komplett Neues hineinzutreten, etwas, was man bisher überhaupt nicht gehört hat, man selbst nämlich ganz neu zu werden, neu zu werden, selbst neu zu werden, einen echten, radikalen, wirklich realen Neubeginn zu erleben. Nichts braucht so zu bleiben, wie es ist. Okay, jetzt pass auf. Früher, vor Jahrtausenden, da gab es ja diese heidnischen Kulte. Ich meine, die gibt es ja heute auch noch, wird ja immer noch zelebriert und so weiter. Aber diese heidnischen Kulte, und die hatten zum guten Teil in vielen Regionen der Welt eins gemeinsam. Diese heidnischen Kulte, die sind nämlich aus dem Jahreskreislauf entstanden. Da gab es also, wie du weißt, den Jahreskreislauf, da gibt es vier Eckpunkte, da gibt es den Frühlingstag- und Nachtgleiche, Herbsttag- und Nachtgleiche, Wintersonnenwende und Sommersonnenwende, diese vier Eckpunkte im Lauf der Sonne um die Erde und dann gibt es davon eben dann die Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So, und das hatten die relativ schnell rausgekriegt, dass es da diese speziellen Termine gab. Dann haben die da auch ihre Feste gemacht und ihre besonderen kultischen Sachen da konzipiert. Ja, und daraus hat sich ihr ganzes Leben, ihr ganzer Kult, ihr ganzes Denken, ihre ganze Religion gebildet. Das war also eins mit diesem Jahreskreislauf, das war eins mit diesem Frühling, Sommer, Herbst und Winter Ding. Das ganze Leben wurde darin abgebildet. Man hat das als ein Bild gesehen von eben Geburt, Jugend, Reife und dann Alter und Tod. Das wurde darin abgebildet. Und das Ganze hatte so eine, wie soll ich mal sagen, eine komplette Durchdringung von dem, was in der Natur war, mit der persönlichen Kultus, mit den ganzen Religionen, mit den ganzen Mythen, mit den ganzen Handlungen, die sie gemacht haben, ihren Opfern, die sie gebracht haben und so weiter und so weiter. Das war alles komplett eingebettet. Das hatte was mit diesen Naturreligionen zu tun. So, und der eigentliche Knackpunkt, deshalb erzähle ich das, ist, das ist immer das Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Ja, also beispielsweise die ollen Kelten, die hatten ein Bild für ihr gesamtes Glaubensbild und so weiter. Und das war ein achtspeichiges Rad. Ja, das Rad des Lebens. Was sich immer weiter dreht und weiter dreht und weiter dreht. Und was eben auch diese, die hatten so eine Art acht Monate, ja, diesen Jahreskreislauf abbildet. Und es war ein ständig, ständig, ständig sich wiederholender, immerwährender Zyklus. Es war der Zyklus von Saat und Ernte, Aufkeimen, Wachsen, Blühen, Frucht bringen, Welken, Sterben. So, den Lauf der Natur, den Lauf des Lebens. Und das war eins. Und das Ganze hatte dann im Lauf der Zeit dann die skurrilsten Mythen und teilweise sehr dubiose religiöse Riten hervorgebracht. Dann gab es beispielsweise eben für die Fruchtbarkeit so ein Sexfest und dann gab es ein Todesfest und so weiter. Und das ist teilweise sogar in unsere christliche, die sehr stark heidnisch geprägte Festkultur hineingegangen. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es heute darum, dass das ein immer gleiches Ding war. Das wiederholte sich unendlich. Das gab keinen Anfang, es gab kein Ende. Alles blieb so, wie es schon immer war. Die Natur wiederholte sich immer wieder. Ja, ich sage mal, eine Generation wurde geboren, stand auf, wurde alt und verging wieder. Und währenddessen war halt eine nächste Generation. Und endlos die gleiche Story. Kein wirklichen Anfang, kein wirkliches Ende, keine wirkliche Entwicklung. Kein gar nichts. Immer die gleiche Story. Ja, so und das war das, wo viele Naturreligionen, Heiden drin eingebettet gewesen sind. Das war ihr Denken. Das war ihre Welt. Ja, immer das Gleiche. Ja, so kein Wandel. Es gab nichts Neues im Sinne von wirklich, also wirklich wirklich Neues. Was ganz Neues. Das Leben entstand aus dem Schoß der Natur und fiel wieder zurück. Endloser Kreislauf. Und dann kamen in diese Situation und in diese Vorstellungen beispielsweise die christlichen Missionare. Ja, nach der Völkerwanderung hier bei uns in unseren Regionen, in Mitteleuropa. Die Völkerwanderung war übrigens eine Katastrophe. Die hat im Grunde genommen das Christentum ausgelöscht, was es bis dahin gegeben hatte. Hier in unserer Region wurde der Kontinent, also Mitteleuropa, wurde von England und Irland wieder mit dem Christentum erreicht. Das waren ein ganzer Schwung von hingegebene Missionaren, so richtigen Power-Missionaren, die teilweise in Zeichen, Kraft, Wundern vorangegangen ist. Berühmtes ist natürlich Bonifatius, aber auch viele andere. Und die kamen in diese Situation von diesem abstrusen Denken. Ja, die kamen und ihre Worte zerschnitten, ja, wie ein scharfes Schwert, so habe ich es hier geschrieben, die uralten, muffigen, vermorsten und monströsen Bollwerke heidnischer Ausweglosigkeit und Gleichförmigkeit. Halleluja! Ja, es war eine Botschaft, die Licht und Leben brachte, die frische Luft brachte, blauen Himmel, Freude, Begeisterung, Aufatmen. Es gibt etwas Neues, etwas völlig Neues, etwas nie Gehörtes, etwas Aufregendes, etwas Hoffnungsmachendes, etwas Visionsgebendes. Es gibt einen Gott, der über diesen bekloppten, öden, ätzenden Kreislauf von diesem ewigen Werden und Vergehen steht. Ja, diesem modrigen Mythen. Es gibt einen Gott, der größer ist. Es gibt eine Kraft, die größer ist als dieser endlose Ablauf des irdischen Daseins. Und das müssen wir wissen. Und das müssen wir auch heute wissen. Es gibt einen Gott, der über den ganzen Elend steht, mit dem sich die Menschen hier rumschlagen. Ja, es gibt etwas, was über den Naturgewalten ist. Ja, was ihren Gesetzmäßigkeiten nicht unterworfen ist. Es gibt einen Weg raus aus diesem letztlich sinnlosen Zyklus von diesem immerwährenden Werden und Vergehen. Es gibt einen Gott, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Offenbarung 21, Vers 5. Weißt du was? Die Botschaft, die die Jungs damals gebracht haben, übrigens waren auch ein paar Mädels dabei, die die damals gebracht haben, die hätte revolutionärer, bahnbrechender, umwälzender überhaupt nicht sein können. Die kamen und haben gedacht, es gibt Neues. Das haben die Leute nie gehört. Das war bei dem nicht auf dem Schirm. Ja, ganz neu, völlig neu, völlig anders. Ein komplett neuer Denkansatz. Und das ist ein Kern unseres christlichen Botschaft. Ja, es gibt Neues. Es kann neu werden. Es kann anders werden. Gott ist ein Gott des Neuen. Er kann Situationen verändern. Auch die, in der wir uns momentan befinden. Ja, er kann jederzeit in unbegrenzter Kreativität eingreifen. Er kann Neues tun, Neues hervorbringen, Neues schaffen. Er ist durch diese irdischen Abläufe, durch diese Naturgesetze und den ganzen Kram nicht begrenzt. Für uns ist das wichtig. Für uns ist das bedeutsam. Für uns sind das Dinge, die uns begrenzen. Aber nicht für Gott. Ja, er kann eingreifen. Er kann aktiv Dinge und Situationen verändern. Ja, und er ist der Gott der tiefen, echten, innigen Liebesbeziehung zu uns, aus der Neues hervorkommt. Und dann heißt es in 1. Korinther 2, Vers 9, und das ist eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Kein Mensch kann sich das ausmalen, kein Mensch kann sich das vorstellen, kein Mensch kann irgendwie so eine Fantasie haben. Hey, Gott hat was ganz anderes, was völlig über das, was wir uns vorstellen können, hinausgeht. Gott hat für die, die ihn lieben, etwas vorbereitet. Neues. Neues, was absolut grandios ist. Ja, und wenn wir uns die Bibel uns anschauen, unter diesem Gesichtspunkt neu, dann stellen wir fest, weißt du was, die strotzt nur so davon. Ja, die Bibel ist total voll von Neuem. Weißt du, der hat die Welt erschaffen aus nichts. Also neuer geht es schon mal gar nicht. Das ist wirklich neu, neu. Und immer und immer wieder hat er eingeriffen und im Leben der Menschen Neues getan. Es gibt positive wie negative Beispiele. Die Verwirrung der Sprachen bei einem Eingreifen Gottes. War vorher nicht da, war neu. Die große Flut war neu. Dann hat er einen Menschen berufen. Abraham, einen, den hat er herausgerufen aus diesem heidnischen System. Ja, hat gedacht, hier, mit dir mache ich was. Du bist der Kernpunkt des Reiches Gottes. War auch neu. Und ich lege hier etwas hinein, was den Menschen die Lösung gibt, aus dieser gefallenen Schöpfung hineinzukommen, in das Neue, das ich habe. Und dann hat sich von Abraham aus das Reich Gottes immer mehr entwickelt. Herausführung eines ganzen Volkes aus der Sklaverei. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Hey, das war extrem neu. Und der Herr hat das Volk in was völlig Neues hineingeführt, von dem die keine Ahnung hatten. Die wussten nichts davon. Die kannten nur ihr Sklaven-Dasein und ihr primitives Leben. Die wussten nicht, was der Herr für sie hat. Dummerweise, weil sie gemurrt haben und doof waren, sind sie in der Wüste rumgelaufen. Ja, 40 Jahre in der Wüste rumgelaufen. Ich sage immer, es gab keinen Kaktus, auf dem die nicht gesessen haben. Das war wirklich endlos. Und irgendwann, nachdem diese Generation dann verstorben war, dann ging es wirklich in die Einnahme des verheißenen Landes. Das war dann wieder neu. Die Gabe des Bundes, des alten Bundes, wie des neuen Bundes zwischen Gott und Mensch. Und natürlich immer wieder, wenn du guckst in der Bibel, Berufung, Vision, Prophetien, Zeichen, Wunder, irgendwelche Sachen, die du nie zuvor gehört hast. Immer neu, neu, neu. Wenn du die Bibel anschaust, du wirst verblüfft sein, wie viel es da um das Thema neu geht. Richtig neu. Und dann kommt natürlich der absolute Knaller, das unvorstellbarste Ereignis aller Zeiten. Wirklich gut. Gott wird Mensch. Begibt sich in die Schöpfung herein und schafft durch seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung, aus dem Grab, den ultimativen, absoluten, dramatischen Neuanfang überhaupt. Überhaupt. Absolut grandios. Den absoluten Neubeginn überhaupt. Und für jedermann, der das für sich annimmt, der billig ist, der sagt, das ist etwas, wo ich mich anklinke. Ja, einklinke. Ist es die Möglichkeit, einen völlig Neubeginn, einen Neuanfang zu machen, der so entscheidend ist im Leben von jedem Einzelnen, der sich da einklickt, der sagt, ja, das will ich haben, das nehme ich. Da klinke ich mich ein, ich nehme das an, was Christus für mich getan hat. Ich will das haben, ja, dass die Bibel davon spricht, hey, wer das tut, der wird eine Neugeburt sein. Zweiter Günther 5, Vers 17. Denn wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue, neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Jeder wiedergeborene Christ, ja, der diese persönliche Entscheidung hat, der aus dem Geist geboren ist, der den Herrn kennt, der sich ihm hingegeben hat, der ist eine neue Kreatur, gab es vorher nicht. Eine neue, ich sag mal, eine neue Spezies im Geist, ein Geistwesen. Wie man so schön sagt, ich bin ein Geist, hab eine Seele und lebe in einem Körper. Das ist eigentlich für uns neuzesermittliche Christen die richtige Beschreibung. Wir sind neu, wir sind anders. Wir sind auch nicht von der Welt, auch wenn wir noch in der Welt sind, weil wir in Christus sind, weil wir eingesetzt sind in der Himmelswelt. Ja, so, Gott ist der Gott des Neuen, der Schöpferkraft, der Kreativität, des Ideenreichtums. Bei ihm läuft das nicht aus. Das ist völlig anders bei der Gegenseite. Der Teufel kann nur kopieren und zwar schlecht, aber Gott kann ständig, ständig, ständig Neues schaffen, nur Originale. Ja, du weißt doch, keine zwei Schneeflocken sehen sich gleich, kein Fingerabdruck ist gleich. Gott klappt nur Originale, weil er grenzenlos kreativ ist und weil er Neues, Neues, Neues liebt. Halleluja. Er liebt es, Neues hervorzubringen. Und er liebt es. Er liebt es, Menschen einen Neubeginn zu ermöglichen. Einen echten Neuanfang zu ermöglichen. So, ganz kleiner Überblick. Nur mal so, was mir eingefallen ist. Ja, wenn die Heilige Schrift beispielsweise darüber spricht, dass wir Gott ein neues Lied singen sollen. Ja, da gibt es bestimmt acht bis zehn Bibelstellen, die das sagen. Ein neues Lied. Etwas Neues. Ja, anders. In unserem Lobpreis. Es muss neu sein. Also nicht eine jahrhundertealte Liturgie, die du wie so eine Gebetsmühle drehst, sondern nein, neu. Du musst dich inspirieren lassen. Es muss frisch sein. Es muss vom Herrn kommen. Es muss auf den Geist kommen. Wer auf ihn hofft, gewinnt neue Kraft. Halleluja. Jesaja sagt weiterhin, der Herr wirkt Neues. Er lässt uns Neues hören. Das ist das, was die Missionare damals gemacht haben. Sie haben die Heiden Neues hören lassen. Und sie waren begeistert, weil sie endlich den Ausweg aus ihrem elenden, sinnlosen Dasein gefunden haben. Der Herr sagt, er schenkt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Hesekiel finden wir das in 11, 19. Und dann eben, er schafft einen neuen Bund. Halleluja. Wie schon gesagt, wir werden von Neuem geboren. Und als Zeichen, dass das passiert ist und dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, fangen Christen an, in neuen Sprachen zu reden. Es passt völlig ins Bild, gehört dazu. Der Herr gibt uns das neue Gebot der Liebe. Er schafft ein neues Jerusalem. Halleluja. Und dann, ja, und da sind wir auf dem Weg dahin, zu einem Zeitpunkt, irgendwann, wir wissen nicht wie, wir wissen nicht wann, sagt er, Leute, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist absolut grandios. Alles, was wir kennen, alles, was wir so an Erfahrungshorizont haben, hey, Gott tut Neues. Weißt du, so viele Leute wollen im Alten kleben bleiben. Sie haben da ihre Erfahrungen und ihr bisschen Sicherheiten und sonst was und es darf sich bloß nichts verändern. Sie haben Angst vor Neuem. Weißt du was, das ist vom Teufel. Angst vor Neuem, wenn es vom Herrn kommt, ist wirklich nicht gut. Wir müssen, und ich meine müssen, unser Herz öffnen, sagen, Herr, du darfst Neues in meinem Leben tun. Du darfst mich rausholen aus dem Ding. Du darfst mich in was Neues bringen. Ich will mit dir an deiner Hand in was Neues hineingehen. Ich vertraue dir. Bleib doch nicht in dem Kerker hocken, nur weil es ein bekannter Kerker ist. Irgendjemand hat mal gesagt, ist natürlich ziemlich derb, aber der hat gesagt, vielen, vielen Leuten ist eine bekannte Hölle lieber als ein unbekannter Himmel. Und das gilt tatsächlich für manche Menschen. Aber das, was Gott für uns vorbereitet hat, geht weit über alles hinaus. Übersteigt unser Ermessen, unsere Vorstellung, unser Verstehen. Er will Neues schaffen, nicht nur im Großen, nicht nur in der Bibel, sondern in deinem Leben, in deinem eigenen Leben will er Neues tun. Und das Spruch ist ja, und das Slogan, unsere Herzensüberzeugung, Gott hat mehr für dich. Das heißt, da ist was Neues drin. Er hat mehr für dich. Neues. So, und da will er dich hineinbringen. Etwas, was du nicht kennst und von dem du nicht geträumt hast. Und in der Phase, in der wir uns jetzt momentan befinden, wo so viele Dinge im Schwanken sind, wo so viele Dinge auf einmal in Bewegung sind, wo Dinge, die festgefügt schienen, auf einmal bröseln, wo Dinge, wo man seine Sicherheit und sein ganzes Leben drauf gebaut hat, auf einmal sich als ziemlich schwankender Grund herausstellen und in den vor uns liegenden Monaten noch viel, viel mehr herausstellen werden, wie die prophetischen Worte sagen. Ja, in dieser Phase ist es wichtig, Vertrauen zu Gott zu haben und zu sagen, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Neue zu gehen. Hey, du bist derjenige, der der Garant ist, dass ich durch diese Umbrüche, durch diese Erschütterungen, durch diese Phase in das hineinkomme, was du für mich hast. Und das ist etwas wirklich, wirklich Gutes. Ja, etwas Gutes. Er hat frischen Wind für dich, frisches Feuer für dich, frisches Leben für dich, Neues für dich. Ja, du kannst aus dem muffigen, eingestaubten, alten, sagen wir mal, Vermosten deines bisherigen Lebens rauskommen. Und das, was einfach so, ja, verstaubt ist, ne. Komm raus mit seiner Hand. Aus diesem endlosen Problem, diesem endlosen Gedankenkarussell, aus diesem endlosen Ding, um dem du dich immer und immer wieder drehst, das dich gefangen hält, das dich blockiert, lähmt und so. Kann ja sonst was sein. Unterschiedlichste Leute haben da ganz, ganz unterschiedliche Probleme, ja. Was weiß ich, der Inne hängt im Selbstmitleid. Bei dem anderen ist es Depression, beim nächsten Sucht. Viele Leute, natürlich diese Angst, diese Befürchtung, Sorge, Panik vor diesen Situationen. Bei manchen ist es Rebellion und, und, und. Bedrückung oder falsche Entscheidung oder Schulden, ja, Arbeitslosigkeit. Solche Sachen. Krankheit, Unfreiheit, Beziehungsnöte oder was auch immer. Ich sag dir eins, der Herr will dich rausholen. Er hat Neues für dich. Du brauchst das nicht, da drin zu bleiben. Aber du musst Vertrauen haben und musst sagen, Herr, ich erlaube dir, dass du mich rausholst. Ich nehme deine Hand, ich ergreife sie und ich gehe mit dir Schritt für Schritt hinaus in das, was du für mich hast. Und das kann sein, dass dich das auch etwas kostet, dass das Konsequenzen hat. Gerade hast du davon gehört, von den Männern im Feuerofen, Schadrach, Meshach und Abednego. Also, das hat sie erstmal alles gekostet und es war lebensgefährlich. Danach wurden sie erhoben und kamen in grandiose Positionen. Letztlich war das ein Mordsbeförderungsprogramm. Aber sie mussten durch diese Phase hindurch und sie mussten sogar in den Feuerofen hinein. Der Herr hat Gnade geschenkt. Er hat sie in was Neues geführt. Aber es war eine schwierige Phase. Scheu nicht zurück vor Dingen, die vielleicht schwierig aussehen. Ja, wenn der Herr sagt, hey, ich gehe mit dir in etwas Neues. Sei einfach mutig. Sei einfach mutig. Ja, vielleicht tut es auch weh. Vielleicht tut es weh, das Alte hinter sich zu lassen. Vielleicht tut es weh, wenn das Alte verändert wird. Denk mal an die Story mit den alten Weinschläuchen, dem neuen Wein. Wo der Herr sagt, das kannst du nicht zusammenbringen. Ja, der neue Wein muss in neue Weinschläuche. Das ist auch das, was auf uns zukommt. Die neue Bewegung Gottes, die uns verheißen ist durch die Propheten, wird sich nicht in alten Weinschläuchen bewegen. Also ist es gut, wenn du nach neuen Weinschläuchen Ausschau haltst. Oder vielleicht sagst, Herr, ich will selber einer sein. Nicht wahr? So. Manche Menschen sind natürlich auch einfach zu bequem. Denen ist das bequem, wie sie sich eingerichtet haben mit ihrem kleinen, kleinen Ding. Ja, und sagen, warum sollte sich das ändern? Ist doch alles ganz nett. Ja, wir sind in eine Phase eingetreten, in der die ganze Welt sich dramatisch verändert. In der Erschütterung ist. In der Umbrüche sind, die kein Mensch von uns unter Kontrolle hat oder irgendwie verändern kann. Ja, Dinge werden sich verändern. Und es ist gut, wenn du bereit bist, dass du sagst, Herr, ich will mit dir wirklich in etwas Neues hineingehen. Was ich sagen will ist, lass nicht zu, dass das Alte dich eingrenzt. Dass es dein Leben blockiert, dass es dich erstickt. Und schmeiß den Gedanken, dass es sinnlos ist, dass es so bleiben wird, dass du nicht rauskommen kannst oder sowas. Schmeiß das über Bord und erlaube dem Herrn, dich in etwas Neues zu bringen. Und hab Vertrauen darauf, dass er es gut macht. Weißt du, die Bibel sagt, wenn du den Vater bittest um den Heiligen Geist, er wird dir nicht irgendwas geben, was schlecht ist. Keine Schlange, keine Skulption, kein Nix. Er wird dir das geben, was gut ist für dich. Vertraue doch dem Herrn. Auf wem willst du sonst denn vertrauen? Auf dich? Ja? Auf deine Freunde, deine Bekannten oder irgendwas? Auf die Rente? Auf das Sozialsystem? Die Krankenversicherung? Auf den Staat? Auf die Regierung? Hey, du musst dir überlegen, worauf lohnt es sich wirklich, sein Vertrauen zu setzen? Und das gibt nur einen. Und das ist der Herr Jesus Christus. Und mit ihm kannst du in das hineingehen, was er für dich hat. Und ich sag dir eins, der Herr will Neues in deinem Leben schaffen. Davon sind wir absolut überzeugt. Und damit bin ich auch schon eigentlich fertig hier mit meiner kleinen Motivational Speech, mit der ich dich einfach ein bisschen motivieren will, mit dem Herrn bereit zu sein, in etwas Neues zu gehen. Es ist vollkommen wurscht, wie deine Vergangenheit gelaufen ist. Es ist vollkommen wurscht, wie festgefahren deine Situation aussieht. Er kann Neues tun, aber du musst es zulassen. Geh mit Gott in etwas Neues hinein. Mach dich auf zu neuen Ufern, neuen Horizonten, neuen Herausforderungen. Und in dem Zusammenhang habe ich hier in dieser Broschüre, die du hoffentlich schon hast, habe ich etwas gefunden, was ich dir noch vorlesen will. Und dann beten wir noch für dich. Und diese Broschüre, Gott und das deutschsprachige Europa, ist ein kleines Büchlein, was du bei uns kostenlos bestellen kannst, auch gerne mehrfach bestellen kannst, für deine Freunde oder Hauskreise oder sonst was. Schicken wir dir kostenlos zu. Schreib uns einfach an oder bestell es über die Webseite. Und da sind prophetische Worte drin über das, was der Herr jetzt tun wird. Und da lese ich dir hier einen kurzen Text noch vor. Millionen, Millionen werden frei werden. Nein. Millionen, Millionen werden frei. Werden im Licht sehen. Werden mir folgen und meine Vaterschaft annehmen. Durch das, was Jesus Christus, mein Messias, für sie errang. Freien Zugang zum Thron der Gnade. Millionen. Überall. Allein in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Überall, überall. Achtung, während das Weltsystem im Taumel versinkt, im Wahnsinn und im Wüten des Feindes, steht mein Volk auf und tritt aus dem dunklen Verlies ins helle Licht der aufgehenden Sonne der Herrlichkeit. Halleluja. Neues kommt. Neues kommt. Neues kommt. Ich komme. Ich erscheine. Ich ziehe im Siegeszug einher und zeige meinen Kindern und aller Welt, wie der Feind im Triumphzug vorgeführt wird. Präsentiert wird als ewiger Verlierer. Dieser Triumphzug ist mein Volk. Auch in Deutschland. Auch in Europa. Überall auf der Welt. So erhebe dein Haupt, mein Volk. Schau auf mich. Auf das Licht. Auf mein Kommen. Und nicht auf die Erschütterung des Weltsystems. Auch wenn du selbst erschüttert wirst. Alles, was auf dem festen Felsen Christus steht, wird Bestand haben. Alles andere wird vergehen. Halleluja. Der Herr, der Herr sagt hier, Neues kommt. Neues kommt in unser Land. Neues kommt in die Christenheit. Neues kommt in unser Leben. Neues kommt. Der Herr hat Neues. Und wenn momentan die ganze Entwicklung so ist, wie sie ist, auch wenn sie beklemmend ist, auch wenn sie schwierig ist, auch wenn sie so peinvoll zu sein scheint. Hey, mit dem Herrn gehen wir in etwas Neues. Und du darfst mutig und kühn sein und hineinpreschen in das, was er für dich hat. Halleluja. Amen. Das war echt stark. Das war echt cool. Und ich bin total mal begeistert von diesem Neu-Neu, was der Herr für uns hat. Was er für dich und mich auch hat. Ja, klar. Halleluja. Wir strecken uns da wirklich nach aus. Dass wir belebt werden von diesem Neu-Neu-Neu-Neu. Eine neue Ausgießung seines Geistes und deiner Herrlichkeit. Ja. Was will man mehr? Ich bete, dass, Herr, dass du wirklich dieses Brennen in unseren Herzen neu entfachst. Yes. Dass du neues Feuer in uns legst. Ja. Dass du neu auflegst. Dass wir ein hell leuchtendes Lichtfeuer sind für alle Menschen, die um uns herum sind. Amen. Herr, ich habe gehört, dass du gesagt hast, nicht die Finsternis ist das Problem in erster Linie, sondern es ist das Licht, was zu wenig leuchtet. Und wir wollen Menschen sein, die leuchten für dich. Wir wollen dieses neue Licht, dieses neue Feuer. Wir wollen diese neue Kraft des Feuers von deiner Rettung, von deiner Neuschaffung von uns sein. Wir wollen Menschen mitnehmen. Wir wollen sie ermutigen. Wir wollen sie begeistern für dieses Neu-Neu-Neu, was du hast. Amen. Und wir wollen beten dafür, Herr, dass du uns rausholst aus dieser Asche von Angst und Depressionen, von dieser Asche von Zerwürfnissen, dieser Asche von ungelösten Problemen, von Krankheit, von Sorgen, von Bedrängnis. Herr, wir beten, dass du diese Asche durch deinen Heiligen Geist wegbläst, dass sie nicht mehr gefunden wird in unserem Leben. Und dass du etwas Neues schaffst. Schaffe etwas Neues in unseren Familien, bei unseren Kindern, in den Krankheiten, die uns wirklich bedrängen wollen. Herr, ich bete, dass du etwas Neues durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst. Dass du dieses neue Feuer in uns entsündest. Wir wollen nicht zufrieden sein mit dem, was wir jetzt haben. Wir wollen nicht zufrieden sein mit ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen beten, ein bisschen Heilung. Sondern wir wollen Zeichen und Wunder deiner Gnade und deiner Versorgung sehen. Und wir brauchen es so sehr, Herr, für dieses Jahr, für diese Zeit, die vor uns liegt. Herr, stärke uns durch dein Licht, durch dein Feuer, durch deine Kraft. In Jesu Namen. Herr, ich bete für jeden, der zuschaut, dass neues Feuer auf ihn kommt. Feuer des Heiligen Geistes, dass er neu inspiriert wird. Dass er neu aufatmet in deiner Gegenwart. Ich spreche aus, dass er eine neue Begegnung mit dir hat. Eine Berührung des Heiligen Geistes. Dass sein Leben nicht so bleibt, wie es ist. Dass die Probleme nicht so bleiben, wie es sind. Dass die Ausweglosigkeit nicht so bleibt, wie es ist. Dass dieses Ganze, wo er in so einem sinnlosen Ding drin hängt, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Sondern, dass diese Botschaft des Evangeliums neu anfangen ist, jederzeit möglich. Dass es hineinfällt in das Herz. Und dass das wirklich etwas bewirkt. Ich bete um eine Begegnung mit Gott. Eine Begegnung mit Gott, wie du sie noch nie gehabt hast. Weil der Herr Neues für dich hat. Ja, nimm es einfach für dich an. Ich empfange jetzt Neues vom Herrn, der dich berühren möchte. Der dich verändern möchte. Dass du die Ohren neu geöffnet hast. Dass du die Augen neu geöffnet hast. Dass du die Bibel neu liest. Dass du merkst, hey, der Herr spricht zu mir. Das ist real. Und ich empfange wirklich etwas. Und es gibt wirklich Veränderungen. Es gibt wirklich, wirklich Veränderungen. Das ganze Ding ist real. Gott spricht. Gott antwortet. Es ist nicht irgendein Monolog. Irgendein religiöses Getue. Nicht eine Litanei. Es ist real. Und das spreche ich aus in deinem Leben. Ich spreche aus einer Berührung an deinem Körper. Heilung. Ich spreche aus einer Berührung an deiner Seele. In diesem psychischen Bereich, wo da Verletzungen sind. Heilung. Ich spreche aus einer Berührung in deinem Geist, wo du neu aufatmen kannst. Zeiten der Erfrischung. Davon spricht die Apostelgeschichte. In deinem Leben. Und es ist vollkommen wurscht, wie bekloppt die Situation in der Gesellschaft oder in unserem Umfeld aussieht. Der Herr hat Neues für sein Volk. Und er sagt, erhebt eure Häupter in dieser Stunde, weil eure Erlösung naht. Amen. Ich will mit euch was Neues tun. Und ich brauche euch in diese Phase hinein, um einfach das zu tun, was ich tun möchte. Herr, und wir preisen dich dafür, dass du der Gott des Neuen bist. Halleluja. Wir danken dir dafür, dass du Neues tun wirst. Dass du Neues tun wirst. Und ich proklamiere über unserem Land. Neues kommt in unsere Nation. Neues kommt in unser Land. Neues kommt. Und nicht das, was irgendwelche komischen Kreise, irgendwelche komischen Eliten sich ausgedacht haben. Irgendwelche Leute, die da ihre Machenschaften spinnen. Nicht das, was irgendwelche finsteren Okkultisten oder sowas sich denken. Sondern Neues kommt. Zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Wir beten um eine Bewegung Gottes. Wir beten um eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir beten um Neues. Und ich proklamiere und ich prophezeie, dass das Neue kommt im Namen Jeschua Hamashiach. Es wird nicht so bleiben, wie es ist. Und diejenigen, die versuchen, unser Land in Elend zu führen und in Not zu führen. Und uns alles zu rauben und dieses antichristliche Weltsystem aufzubauen. Im Namen Jesus, es wird nicht zustande kommen. Denn auch wenn die Finsternis zunimmt, das Licht kommt. Das Licht kommt. Das Licht kommt. Neues kommt. Die Bewegung des Herrn ist da. Du wirst sehen, wenn du weitergehst mit dem Herrn. Mit deinen eigenen Augen wirst du sehen, wie Zeichen und Wunder geschehen, die man noch nie gehört hat. Das sagen die prophetischen Worte. Und wir sind dabei, auf der Schwelle da hinein zu treten. Und wenn du dabei sein willst, kannst du dich einklinken. Kannst du dabei sein, kannst du sagen, ja, Herr, ich ergreife deine Hand. Ich bin dabei. Ich bin dabei, in Neues zu gehen. Neues, Neues. Halleluja. Ich finde das so eine geniale Sache. Egal, wie es aussieht. Weißt du, der Herr führt uns in Neues. Er führt uns in wirkliche Neues. Er hat etwas Geniales für uns. Er hat etwas Großartiges für uns. Und wenn die Welt in diese Probleme und in diese Erschütterung kommt, wenn die Systeme immer mehr wanken und sogar zusammenbrechen. Hey, wir stehen auf dem Felsen Christus. Wir stehen fest. Wir stehen fest. Um uns mag alles den Bach runtergehen. Wir stehen fest, weil wir auf einem unerschütterlichen System stehen. Nämlich dem Felsen Jeschua Hamashiach, der in Ewigkeit nicht wanken wird. Und das ist das, was die Propheten gesagt haben. Und dann bist du und ich, wir sind zu beglückwünschen, weil wir diejenigen sind, die den anderen, die da runtergehen sind, die Hand reichen können und sie auf den Felsen ziehen können. Ja, das ist die Ernte. Wir holen die Leute auf den Felsen. Wir holen sie auf das, was nicht erschüttert werden kann. Von mir aus kann ich auch sagen, wir holen sie in die Arche. Wir holen sie raus aus dem, was sie versucht runterzuziehen. Und wir holen sie auf das, was sie auch in Ewigkeit rettet. Wir holen sie auf was Neues. Halleluja! Es ist so großartig. Ich bin begeistert. Also diese Botschaft von dem Neuen, das ist einfach so cool. Weil das ist das, was diese ganzen Naturdinger, die haben das überhaupt nicht drauf. Ja, das ist etwas absolut Neues. Ja, das ist so moosbewachsen. Und das ist auch das, was die UNO drauf hat und sonst was. Die wollen alle uns mit ihren komischen Weltanbetungs-, also Erdeanbetungskram da beschäftigen. Hey, als Kindergottes haben wir etwas, was wirklich auf einem völlig anderen Level ist. So, und wenn du das lesen willst, bestell dir hier das Heftle. Ja, die Broschüre Gott und das deutschsprachige Europa. Wir haben gerade vor kurzem wieder 10.000 Stück gedruckt. Wir haben Unmaßen davon. Kannst du wirklich bestellen. Und da kannst du lesen, dass der Herr Neues tun will. Genau. Halleluja! So, zur Erinnerung, nächste Woche wollen wir wieder gemeinsam beten für die Anliegen, die jetzt im Mosekörbchen liegen. Und wir werden da nochmal was zu sagen. Und bereite dich vor, wenn du daran teilnehmen möchtest, dass wir dann gemeinsam Abendmahl nehmen wollen. Und einfach diese Kraft des Leibes und die Kraft des Blutes Jesu in Anspruch nehmen für die Dinge, die in unserem Leben neu werden müssen. Denn auch das Abendmahl, diese Gabe des Abendmahls, das war etwas Neues, was Jesus installiert hat, bevor er gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Ja, also dieses, wenn du neu dabei bist, wir haben einen Korb, wo also die Gebetsanliegen reinkommen, wo wir dann für beten. Der ist inzwischen wirklich gut gefüllt. Und den nennen wir das Mosekörbchen, hat eine Story dahinter. Die werden wir dann nächsten Mal erzählen. Und das ist nächste Woche wieder dran. Mit Abendmahl, bereite deinen Abendmahl zu Hause vor. Wir werden eine super Zeit haben. Wir werden uns viel Zeit fürs Gebet nehmen. Denn wir glauben wirklich, dass Neues in deinem Leben dann auch real freigesetzt wird. Amen. Ja, und weil Gebet wichtig ist und Gott Gebet hört, wollen wir das auch immer mehr üben und machen und erwarten. Halleluja. So, wir hoffen, dieser Freitag hat dich gesegnet. Ja, es ist eine gemeinsame Zeit, die immer ein bisschen lang ist für manche. Aber ich denke, gerade weil wir in diesen Zeiten sind, die so sind, wie sie sind, werden wir nicht mehr so satt werden können mit einem kleinen Häppchen. Sondern wir müssen wirklich uns an dem Tisch seiner Gnade niederlassen und diese Gemeinschaft mit ihm genießen, sie fördern, sie aufnehmen und wirklich davon profitieren. Amen. So, wollen wir dich segnen heute an diesem Tag und dass du in der Kraft Gottes weitergehst in diese vorliegenden Tage und in dieses vor uns liegende Jahr. Ja, Neues kommt. Halleluja. Wir segnen euch und verabschieden uns. Jawohl, seid reich gesegnet. Shalom und tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020